5,1, die Erste. Und Pizze. Also Anselm, der möchte nach Kopenhagen. Und Alex hat ihn mitgenommen. Und Alex ist ein Aufreißer. Denkt halt, dass er jede Frau rumkriegen kann mit einer gewissen Theorie und Praxis. Und vergleicht das so ein bisschen mit Vogelfang, so habe ich das verstanden. Ja, und er zeigt halt seinem Begleiter, wie das funktioniert. Und heute versucht er es mit mir. Ja, hier steht ihr. Du bist auf jeden Fall einen Schritt weiter in den Raum. Okay. Sechs Begleiter mit drei Stücke. Und das waren zwei, vier, vier und fünf. Ja. Wie lange tanzt ihr schon? Zwei Jahre. Ja, ich tanze ein bisschen länger. Also noch vier Jahre oder nicht. Hallo. Kannst du auch tanzen? Du kannst jetzt auch wenn du mit dem Salz auch tanzen. Das ist so süß. Doshi. Doshi. Was machst du da? Ich habe aufgegeben, professionell zu tanzen, deswegen tanze ich jetzt meinen Freestyle. Jetzt gibt's Mittag. Njam, njam, njam. Lecker Nudeln. Was gibt es denn heute? Lecker Nudeln gibt's heute. Wer hat die gemacht? Äh, ich weiß ich nicht. Die Archiven wird sich da. Ich hab gehört, du sollst die gemacht haben. Ja, weißt du nicht. Ja, hier kocht der Regisseur noch selbst. Also eins, zwei, drei, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Und du machst mit mit jedem Schritt. Eins, zwei, drei, fünf. SINGUJARA 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 Ja, ja, sehr schnell. Der macht das echt gut. Am Anfang habe ich noch gedacht, der tanzt er etwas west-hälisch, aber mittlerweile kommt es so kubanisch und ziemlich mutterisch. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Das war schön. Das war schön.